Ja, die Erdbewegungen sind in vollem Gange. So, Rudi macht Fahrzeugwechsel. Fahrzeugwechsel heißt Dampfer abgestellt. Ich nehme an, er wird mit seinem Radlader einen Liebherr langsam vorfahren. Viele der Kollegen hier sind mit leeren Fahrzeugen vertreten. Ja, er schnallt den Sicherheitsbügel ab und beugt sich die Konten über das Fahrzeug. Ich halte.